Hallo und herzlich willkommen hier zu Grand Theft Auto V und wir machen weiter mit Fremden und Freaks. Genau, zeig's mir. Folge dem Hund. Tja, wir machen nicht bei der letzten Mission weiter, sondern wir machen hier weiter. Also Franklin, was redest du denn von Shit? Lauf dem Hund hinterher und halt die Klappe, Mensch. Wieso laufen wir dem eigentlich hinterher? Oh. Oh. Hey, bro. Hm. Mind du mir eine Hand hier? Man, das ist ein cool-ass dog, du hast, homie. Hm. Was dog? That dog, der Savig, 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 your ass, man. Dude, ich habe keine Ahnung, was du jetzt mit dir sprechen. Was der fuck? Hallo? Haha, wenn du einen Moment hast. Oh mein Gott, das war wild. Ich bin kein Adrenalin-Junkie, ich bin ein Kontroll-Junkie. Ja, das Parachut ist intensiv, Mann. Hey, hey, wenn ich mit dem Weg herausführe, was es bedeutet, um zu sein Leben zu sein, dann machen wir das ein bisschen spirituell und sagen, ich bin auf eine Sprache. Oh, Mann. Ja, das musst du, Frank. So, ein Mist, komm. Ey, du Arsch! Und solange ich das Ding nicht fliegen muss, geht's ja noch. Jo, wir überspringen den Flug. Gut, um zu sehen und drücke S zu springen. Längst und rechts um die Richtung und Eger drückt, um scharf zu lenken. Oh, shit! Yeah, Baby! We're talking on that summit! Bikes are all be slamming home! What? Stop talking in pussy-manifors! Don't you see the bikes yet? Bikes? Okay, links und rechts um die Richtung und Eger drückt, um scharf zu lenken, um präzise zu landen. Auf die Landezone. Wo ist denn die Landezone? Ja, das war's. Was für eine Scheiß Mission! Was für eine Scheiß Mission. Und ey, das gibt's doch nicht. Ja komm, was ist? Ja, los geht's. Ey, ey, ich glaub, das hier ist die Landezone. Oh! So, ein Mist. Ich glaube, ich pack das nicht. Da fliegt darunter der reinste Selbstmord. Wir überspringen die Mission. So ein Scheiß. Okay, last one down the mountain by the protein shakes. Ja, ich weiß, ich weiß. Okay, last one down the mountain by the protein shakes. Oh, tschüss. Hey. Oh! Hey, 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 hey. So, ein Mist. Okay, last one down the mountain by the protein shakes. Hey, 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 hey. Scheiße. Das tat weh. Noch mal. Gut, den haben wir jetzt mal ganz souverän überholt. Und hopp! Ey! Sonst geht's dir noch gut. Ja, dem geht's sonst echt noch gut. Ach, da ist ja wieder der Hund. Ich weiß nur nicht mehr, wie man hier beschleunigt auf dem Fahrrad. Wir haben den überholt. Der hat uns dann eingeholt. Das ist gemein. Ey, 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 ey. Oh, je. Oh, je. Das kriegen wir auch nicht hin. Das ist doch eine Scheiß-Mission. Ende Gelände, ja. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, we got a hole in the road. Oh. Huh, 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 huh. Das war ja knapp. Huh, huh. Gay jump! Ha, hey, Hans! Huh. Huch, wenigstens trainiert hast die Ausdauer von Frank. Komm, 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 komm! Das ist wirklich ein Freak. Oh, 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 oh! Boah, Wahnsinn! Ziel! Vergiss es ohne mich. Ohne mich. Oh! Oh! Nee. Ganz sicherlich nicht. Halt! Erstmal gucken, wo wir dann... Gibt's das zu kaufen? Suchdienst. Weiß nicht, vielleicht kann man da ja was kaufen. Hey! Oh! 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 So, danke für deinen Wagen, Baby! Glaubt ihr auch ganz toll lieb! Oh! 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 Uh! Oh! kaufen. Was ist das denn jetzt? So ein Mist. So und jetzt? Was ist das? Oh ja, oh ja. Atommüllfass. Ne, bin doch nicht blöd. Ja, wir machen am besten mal einen Cut. Zack, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.